Yeah, oh baby, oh baby, ich rocke hier das Haus, wuhu, ich hau jetzt alles raus, Digga, was geht ab, ich bin jetzt voll im Lauf, oh baby, yeah, oh baby, oh baby, ha ha ha, wuh, motherfuckers! Hey, meine lieben Freunde, Crazy Gamer und Crazy Gamerinnen, was geht bei euch? Crazy Memphis ist hier wieder am Start, willkommen zurück zu Far Cry 3 Blood Dragon. Ich sitze hier ziemlich in der Scheiße, muss ich sagen, keine vernünftigen Waffen für die Helis und es sind auch gleich zwei Helis, die auf mich ballern und ich habe momentan keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll. Ähm, ich gucke mich um, ob ich auch so einen blöden Scheiß, äh, so eine blöde Scheiß Waffe kriege. Oh, hier ist eine, ja, genau, ah, nein, nö, nö. So, motherfuckers. Motherfuckers. Alrighty. Äh, Drache? Und ich habe das Schild gerade wieder ausgemacht. Ah! Das war auch sehr schlau, erstmal heilen hier, wa, Leute? Bevor wir hier drauf gehen. So, im Prinzip waren es doch alle Leute, ne? Ja. Okay, das heißt. Raus mit dir, Drache, raus! Raus mit dir, raus! 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 Oh, yeah! Gar nicht so und befreit. Woo! Wow! Ich muss sagen, Leute, das war echt gerade ein Krampf mit den beiden Helis, muss ich wirklich zugeben. Ich habe mich auch ein bisschen dumm angestellt, aber, naja. Okay! Das haben wir dann, das haben wir dann auch geschafft, meine lieben Freunde. Ist das nicht schön oder wet? Da kann ich ja glatt mal in die Luft springen hier. Vor Freude. Yeah! Ja! Juhu! So sieht das nämlich aus hier, oder wet? Jetzt gehen wir mal in den Shop, kaufen uns mal neue Munition, oder wet? Und dann geht das hier weiter, ey. Im Text. Kachinga! Ist halt die Frage, ne? Ich würde gerne die Terror mitnehmen, aber für welche Waffe? Wisst ihr was? Die benutze ich kaum, also nehmen wir die. Okay, here we go. Alt, ich hab noch was vergessen. Ich hab noch, ich brauch noch noch Futter bei die Fische. Kauf so viel. Okay, here we go. Let's do it. Gut, jetzt haben wir hier auch wieder eine Nebenmission frei. Und ich glaube, bevor wir irgendwas anderes machen, werde ich hier jetzt mal so eine Nebenmission wieder starten. Wird mal wieder Zeit. Ich denke mal, das haben wir uns verdient. Und was gibt's hier Schönes? Oh, Patronengurt für meine Schaddi. Das ist sehr, sehr gut. Here we go. Oh, hello, Dragon. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen in die Richtung, das heißt... Hä? Ach, da. Ups. Alrighty. Lieber Drache. Du bist ein lieber Drache. Du bist ein ganz lieber Drache. Lauf, Buddy. Lauf. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Okay. Woo. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Luft. Mh, ihr Schweinebacken. Oh, yeah. Sogar eingetroffen. Sehr gut. Oh, my God. No, nicht schon wieder du. Fuck you. Und fuck you. Danke. Ah, ich seh schon, wo wir hin müssen. Hallo. Alright. So. Aha. Oh, versteck dich nicht vor mir. Du dumme Sau. Hm. Da ist er. Juhu. Hello, Buddy. Eins, zwei, drei, vier zähle ich. Zähle ich richtig? I think so. Das werden wir jetzt versuchen so zu machen, dass wir die kleinen Spinner hier alle so platt machen. Und den dicken dann natürlich zuletzt. Hütte sich das gut an oder bad? Ich denke schon. Solange hinter mir jetzt keiner kommt. Hahaha. So. Ähm. Ähm. Es wäre jetzt schön, wenn einer mal wieder da runter kommen würde. Weil dann könnte ich da mal mit einem Bogen draufknallen, ohne dass dann jemand die Geisel angreift. Wir checken es mal aus. Here we go. Nummer eins. Na komm. Na komm. Na komm. Bleib stehen. Ah, jetzt duckt der sich auch noch, oder wat? Komm. Hoch. Hoch. Komm hoch. Bam. What? Oh, nee. Ich wusste es. Hm. 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 Mann, lauf, lauf. Alrighty. Got it. Mit der Pumpgun, wisst ihr, Leute? Okay, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Komm. Komm, buddy. Komm, hol mich. Komm. Oh, motherfucker. Woo. Hey, buddy. Immer gern, mein Freund. Immer gern. So sieht es aus. Okay, haben wir. Sehr nice. Easy. Klaue ich noch ein bisschen Kohle hier. Ching. Ist auch komisch. Ich meine, warum lässt man sein Geld einfach hier mitten auf der Ablage liegen? Oh, what the shit? Äh, was war das? Was zur Hölle ist... Vor allem ist, ey, Leute, mal ganz ernsthaft. Ich bin froh, dass ich gerade die Mission beendet habe. Er geht aus der Tür. Bam. Wow. Okay. Holy shit. Na ja. Alrighty. Haben wir. Haben wir. Jetzt holen wir uns noch das TV-Gerät. Und danach gehen wir hier zu der Garnison und machen dann den Auftrag. Ich denke, das hört sich so ganz gut an, oder? Let's do it. Okay. 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 Oh, oh. Die sind doch wieder Wissenschaftler in Gefahr. Bitchi. Ah, viel zu... Ach, was mache ich denn? Egal. Here we go. Here we go. Here we go. Fätsching. Jawohl. So gefällt mir das. Genau so. Oh, ein neuer Tempel hier, oder? Wett. Oh. Ah, das sind nur Kasuan. Okay. Ich dachte, das wären jetzt wieder sonst welche Gegner hier. Got it. Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Du mit deinen scheiß Flaggen, Lord. What? Oh, ich treffe nicht. Ah! Aber er trifft mich. What the shit? Okay. Ja, daran merkt man, die Pumpgun muss langsam mal ein bisschen stärker werden. Aber wird sie ja jetzt mit der Zeit. Here we go. Einmal hoch. Ich glaube, hier auf dem Dach liegt noch eine Kiste. Äh. Yep. Alrighty. Sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt da hin. Schnellreise. Here we go. Brauche ich da nicht hinzulatschen. Irgendwann muss man ja auch ein bisschen faul sein. Nicht wahr? Gut. Können wir nochmal kurz einkaufen. Munition und alles. Here we go. Ach, Quatsch. So. Nochmal Weste. Schutz Weste. Und dann. Aufi. Oh, Halbautomatik-Upgrade. Das ist gut. Ach, apropos Upgrade. Hahaha. Seht da mal. Seht ihr mal. So. Waffen. Ach so, halt. Nee. Wie war das denn nochmal? Oder hat die das dann selbst drin? Nee. Eigentlich nicht. Munition dafür. Waffen. Äh. Dö, 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 dö. Galeria. Anpassen. Haha. Doppelter Lauf und Patronengurt. So macht sie mehr. Oh, nee. So macht sie weniger Schaden. Ha. Egal. Wird schon passen. Hahaha. Haben wir denn noch was? Dafür haben wir nichts. Für den Bogen. Ja gut. Den Bogen kann man nicht aufrüsten und den auch nicht. Alright. Here we go. Nur aber. Aber. Wo müssen wir hin? Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ah. Haha. Ich bin wirklich blind. Hahaha. Oh my God. Aber jetzt hat meine Pampi schon mal mehr Schaden. Also bin ich eigentlich der Meinung. Lasst mich in Ruhe, ihr scheiß Kasuan. Mein Gott. Immer treffe ich euch. Oder ihr trefft mich besser gesagt. Schweinebacken. Oh my God. Okay. Hey. Ich wollte eigentlich noch den anvisieren. Danke. Jetzt ist die Frage. Haben wir hier auch einen Dicken drin? Das Problem. Wir haben hier eigentlich so gut wie keine Deckung. Nope. Oh my God. 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 Oh, du dreckige Mistmarde, Alter. In dem Moment, wo ich schieße, geht der weg. Bleib stehen. Dankeschön. Oh, oh. Fuck off. And... Fuck off. Er sagt noch. Äh, Granate. Bang. Woo. Hallo. Nice one. Woo. Susan verzweifelt gerettet? Äh, wer... Also, er heißt Susan. Er. Er heißt Susan. Okay. Whatever you say, man. Geil. Okay. Das haben wir auch geschafft. Sehr gut. Ich gucke nochmal kurz auf meinen Timer. Ja. Wird auch langsam Zeit wieder für den kleinen Break. Was hat er denn schon wieder? Ha. Egal. Ähm, ja. Ich hoffe, der Part hat euch wieder ein wenig gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne nochmal einen Kommentar da lassen. Eventuell ein Däumchen. Äh, wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice von euch. Wenn ihr mich noch ein wenig unterstützen würdet. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, wir hören uns dann zum nächsten Part. Far Cry 3 Blood Dragon. Und, äh, ja. So sieht es aus. Ich bin wieder raus. Äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und stay crazy. Ihr habt noch weitere Fragen, Anregungen an mich, die ihr unbedingt loswerden wollt und nicht wisst, wohin damit. Alles kein Problem. Klickt auf die Kommentarbox und da wird euch geholfen. So sieht es aus.